Das ist meine Suppe-Duschi. Das ist einfach fiesalm. Als Licht kommt der Wasser. Als jetzt nachzuhalten. Schön warm. Das ist auch direkt so gut. Es ist Sommer. Immer noch. Und so schön da. Ich muss es noch genießen. Es ist kein Problem. Sommer geht langsam so. Aber wir haben es noch schön. Und der Poolbereich ist so herrlich. Dieser schönen Stein und dann die schönen Farben von den Blumen. Muss man einfach manchmal anhalten und geniessen. Tschüss. Sonst ist es schon schnell vorbei. Jetzt fahre ich Bus. Vem kann segla för utan wind? Vem kann röra utan norr? Puss all der Stelle. Puss und sock. Tschüss. Und so schön ist saun. Just idag är jag stark. Just idag är jag stark. Just idag mår jag bra. Jag för fram och då. Och kraftiga vindar. Just idag är jag stark. Just idag är jag stark. Just idag är jag stark. So har jag. Ich hab ich Fische gefangen. Jetzt muss man gucken wo es stirbt. Jetzt ist man nicht ganz im Schatten. Ich habe einen Abborre. und ein Hecht. Ich freue mich so. Jetzt eine gute Zeit zum Fischen. Jetzt kommt. So meine Gott. So, jetzt gehen wir mit dem Bello zum Bus und dort von dem Bus, zum Zug und dann mit dem Bus. Andere Zeiten jetzt, tschüss. Hi, Street Parade. Ich gehe jetzt ins Street Parade und Wetter ist schön, ich freue mich. Jetzt gehe ich zum ersten Mal auf eine spezielle Party. Ich komme dort nicht rein unter diese Kleider. Ich bin gespannt, ich gehe noch kurz gucken. Jetzt bin ich heute spannender. Nein, nein, ich bin einfach gespannt, wie es ist. Vielleicht wenn es lustig ist, dann gehe ich dann anders machen. Vielleicht mit der Freundin oder der Kollegin. Tschüss. Nachher. Oh, wo ist sie? Sorry. Nein, gib ihm zum Beissen, weisst du? Jetzt haben wir wieder einen. Cool. Ich bin ein kleines Zehnen. Wie ein Piranhas. Ich bin jetzt so übel, zum nächsten Zehen. Ich bin noch nicht so. Ich bin noch nicht so. Ich bin noch nicht so. Ich habe Hunger. Ich habe ihn noch nie so. Ich bin noch nicht so. Ich bin noch nicht so. Nein, es ist auch so schön. Ja, jetzt habe ich einen großen... Gehst du, keine so viel große. Jetzt kommt ein Grupp. Vielleicht geht's noch ein Fischen, ne? Gestern auch. Ja, aber man sieht. Sie versteht es von... Das ist cool, eh? Sie wissen sich nur am Schwanz aufsetzen. Sie haben jetzt eine kleine künfte Hand. Das ist ein Zweigeschener. Der ist sehr orange, ne? Das ist im Moment nur eins. Geht doch hoch. So ein Einzelgänger, wo man das... Der soll wohl umfällig über den Weisen sein. Oh, jetzt geht ein Piranha. Da muss man total aufpassen. Die Beise machen. Ich bin sicher, dass es den wird. Die Zähne da. Oh, das ist ein Maul. So, das sind viele schöne Zähne. Ganz schnell. Oh, ist gut. Heißlinge von links gucken. Wie heisst das jetzt? Priis? Priis, Priis. Ah! Ach, ich bin wirklich nicht. Hey, die ist richtig haarig. Was ist die, die heisst hier? Ja, ja. Das, was sie hat, diese Härchen, die sie zum Beispiel hat, viele wissen, die auch zur Verteidigung zu nutzen, und dass sie die eben halt praktisch so mit dem Hinterbein abstreifen und dann so einem so zu... zu... Die, die ich abschalten kann, macht der Deising-Geschäft zur Oberstadt und Bauung. Das sind die 38 Meter hoch. Das sind die 38 Meter hoch. Das ist das, was sie vor allem hat. Wir wollen uns heute Abend machen. Und dann geht es so rein, dass das Boot etwas schlimmer tut. Guten Tag, wir haben noch ein Frühstück. Hier ist unsere Hütte. Hier hinten ist ein anderer. Unwillig geworden. Warte. Töne in der Nacht. Die ganze Nacht ist so laut. Zweite. Klein aber fein. Herzlich. Wir haben Piranha. Auch Piranha, oder? Piranha? Ja, das ist ein weißer. Der dritte. Ja. Ja. Träuter. Ja, der dritte. Ja, der dritte. Nach der dritte. Wie ist der dritte? So gut! Schnell, oder? Ja. So ist der dritte, oder? Wer ist der da? Die dritte. Ich höre. Ach, ich höre. Ich höre. Die Schildkröten Die Schildkröten Die Schildkröten Medizin Ist das gut? Ja Sehen Sie Ein Rödinger Gra what Wir sind in der nächsten Welt, wir sind in der nächsten Welt, am Abend. Wir sind in der nächsten Welt. Hier kommt Graf von Ecuador, Graf von Glucka, von Geröse. Färber, som nicht will, warst du. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020